So, hallo Freunde vom Kanal PVB, ok, servus, so, sagen wir wieder beieinander, habt ihr wieder das Pech mich erwischt zu haben, ne? Ja, dann schaut's halt nicht auf meinen Kanal, selber schuld, haha, ja, also, auf geht's, warum, was biete ich euch heute und was soll das schon wieder? Ja, Leute, es hat mich schon wieder erwischt, es ist die vierte Nominierung bei Liebster Award Challenge und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also die vierte Nominierung, ja, natürlich freut man sich drüber. Es ist halt, naja, ich würde mal sagen, jetzt langsam etwas, ich will es nicht so krass ausdrücken, aber etwas abgelutscht, hätte ich mal jetzt sagen. Jetzt dürfte mal dann endlich wieder Ruhe sein und ich werde jetzt diese elf Fragen, werde ich für Niklas 7779 beantworten. Natürlich auch für euch, logischerweise, aber erst einmal für den Niklas 7779, denn er hat mich nominiert und da sage ich danke Niklas, dass du das getan hast. Du hast mir natürlich wieder unheimliche Arbeit auf dem Hals gehängt hier, ja, aber so sind halt die lieben, netten, freundlichen YouTuber-Kollegen, vor allen Dingen, wenn man sie auch noch persönlich ein bisschen kennt. Dann ergibt sich das möglicherweise aus dem Verhältnis heraus, dass man nominiert wird. Jo, aber ich sage es euch ganz ehrlich, das ist also die letzte Nominierung, die ich annehme, dann mag ich wirklich nicht mehr und ich werde auch bei dieser Nominierung hier keine Fragen mehr stellen oder mir welche ausdenken Und ich werde auch keine anderen YouTuber nominieren. Das ist also das letzte Video, was ich jetzt hier für Liebster-Arbeit-Challenge mache. Denn ich habe mal nachgeschaut von diesen ganzen Nominierungen, das waren also insgesamt jetzt, also mit diesem Video nicht, aber mit den vorhergehenden waren es drei Nominierungen. Und da habe ich einmal geschaut, wer von mir alles nominiert worden ist und wer bereits bis jetzt an dieser Nominierung auf YouTube daran teilgenommen hat. Es waren einige, aber es waren für die Leute, die ich nominiert habe, waren es einfach zu wenige, die mitgemacht haben. Und ich sehe es nicht ein, dass ich mir jetzt wieder hier einen Kopf drüber mache, wen ich nominieren könnte oder sollte, der dann vielleicht doch auch wieder nicht mitmacht. Also lasse ich die ganze Angelegenheit und sage euch, das wird jetzt das letzte Video sein. Gut, dann fangen wir mal mit den Fragen an, die mein lieber Freund Niklas7779 gestellt hat. Und da ist er diesmal nur, nein, schmarren, geht nicht an mich, er hat andere auch nominiert. Das seht ihr aber in seinem Video. Und ja, den Link natürlich zum Niklas, seinem Kanal, den werde ich natürlich in der Videobeschreibung reinsetzen. Das ist ganz klar, ne? Und dann fangen wir mal an. Er stellt die erste Frage, was haltet ihr vom THB, also technisches Hilfswerk? Ja, für jeden normaldenkenden Bürger dürfte das eigentlich kein großes Problem sein. Ein Statement dazu abzugeben. Also ich sage auf jeden Fall, es ist sehr gut und es ist eine nötige Organisation, die wir brauchen, die auf jeden Fall viel aushelfen muss, weil andere Organisationen teilweise das Personal oder und das Material gar nicht stellen können. Und ich habe viel beruflich mit dem THB zusammengearbeitet, kann mich da also nur löblich über die Kollegen äußern. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir sie haben. Viele andere wissen wahrscheinlich gar nicht, warum, dass es das THB gibt und für was, dass die zuständig sind. Da sollten Sie ins Wikipedia gucken. Auf jeden Fall ist es eine sehr wichtige Organisation. Dann die zweite Frage. Findet ihr Motorradfahren zu gefährlich, sodass man es verbieten sollte? Du magst ja jetzt deinen Mopedführerschein, habe ich ja gehört und gelesen von dir. Und wenn du vernünftig fährst, dann ist das alles kein Problem, wenn du dich so verhältst, wie man sich als ein gesitterter Bürger, sage ich jetzt einmal, im Straßenverkehr zu verhalten hat. Weil man lernt ja auch ein bisschen was in der Fahrschule und man bekommt es ja auch so im Leben mit. Und die Fahrpraxis wird es auch noch zeigen. Dann muss man Motorradfahren nicht verbieten, denn es ist nicht gefährlicher, wie auf den Kilimandscharo steigen oder von Felsklippen springen in Acapulco. Da müsste man alles verbieten, was gefährlich ist. Nicht, weil es schnell ist, sondern weil es einfach gefährlich ist. Wer mit der Gefahr umgehen kann und sich absichert oder genau weiß, was er tut, dann kann eigentlich der Mensch machen, was er will. So gesehen. Also dann muss man nichts verbieten. Aber es gibt ja auch sehr viele Trollköpfe, also nicht bloß im Straßenverkehr, sondern auch so allgemein. Da ist es sinnvoll, dass irgendwelche Sachen schon verboten werden, weil es eben einfach Leute gibt, denen das nicht in den Schädel will. Zum Beispiel, dass man halt irgendetwas eben nicht tut. Und wie zum Beispiel, wenn ich daran denke, an die Videos, die ich gesehen habe von Russland, von diesen Knallköppen, die da steile Masten hochklettern, am besten noch barfuß und dann da oben noch einen Handstand machen. In, was weiß ich, in 150, 200 Meter Höhe, die ja noch nicht einmal 18 sind oder so gerade eben. Und dann haben sie Mädchen auch noch dabei. Ja, ich meine, wenn da einer abstürzt, dann sage ich ganz einfach, selbst schuld, Pech gehabt, dumm gelaufen. Oder Indien, wenn man da auf der Eisenbahn oben auf dem Dach mitfährt und bleibt dann am Tunnel hängen oder sonst irgendwo mit dem Hirn und das Hirn klatscht dann irgendwo anders fest. Selbst schuld, sage ich. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das muss man halt verbieten, weil es halt doch genug Doofis gibt, die einfach das nicht wissen, dass man es nicht macht. Aber im Prinzip ist Motorradfahren überhaupt nicht gefährlich, wenn man sich an die Spielregeln hält. Dritte Frage. Was ist oder war euer Lieblingsfach in der Schule? Also ich habe Physik gerne gehabt. Das, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch immer mit guten Noten rausgegangen. Mehr verrate ich da nicht. Dann Lieblingsessen. Ja, Lieblingsessen. Ich esse vieles gerne. Ganz besonders natürlich Rouladen mit viel Soße und deftige Kartoffelklöße. Das ist also so, glaube ich, das Null plus Ultra für mich. So viel Soße, dass man sich reinlegen kann, so ungefähr. Aber dann richtige gute Kartoffelklöße und keine Pfanneklöße, die Reste aus einem halben Meter vor auf dem Teller fallen, dass die dann noch dreimal hüpfen. Also sowas nicht, gell? Schon was Gescheites. Ja, dann fünfte Frage. Was war euer erstes Videospiel? Ja, Niklas, das tut mir leid. Ich meine, du wirst es noch wissen und Leute, die 30 sind, werden es vielleicht auch noch wissen. Ich mit meiner gesprochenen 65 habe da schon so leicht meine Probleme, mich dran zu entsinnen, wann ich das erste Videospiel hatte und was es überhaupt war. Also ich weiß, dass ich mit 19 oder mit 21 hatte ich den ersten PC. Ich glaube, das war irgendwas mit 6 Megahertz oder so was. Das war ein Schneider-PC, bernfarbiger Monitor. Und ja, da hat es irgendwelche Jump-and-Run-Spiele, glaube ich, gegeben. Oder dieses komische Zeug, was man am Fernseher spielen konnte. Dieses Ping-Pong-Spiel und so ein Zeug. Aber gut, das ist jetzt, ja, es ist eigentlich ein Videospiel. Ja, das ist halt tiefstes Mittelalter, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das Zeug geheißen hat. Nö, muss ich also echt passen. Ich weiß zwar noch, was meine Kinder gespielt haben hier. So Mario Brothers und so diese anderen Jump-and-Run-Spiele auf Nintendo und Game Boy und so weiter. Da habe ich ja auch ein bisschen mitgemacht. Aber wie gesagt, da war ich also ja nicht jung. Also, weil du hast ja hier gefragt, was war euer erstes Videospiel? Na gut, es gibt vielleicht Leute, die erst mit 55 ihr erstes Videospiel spielen. Kann ja durchaus der Fall sein. Dann wüsste ich es eigentlich auch noch. So, die sechste Frage. Was ist euer Lieblingsflugzeug des Zweiten Weltkriegs? Ja, wo denn? In North Honda oder was weiß ich wo? Nee, Spaß beiseite. Ja, also ich finde vom Zweiten Weltkrieg her gesehen, das interessanteste Flugzeug ist die Me 262. Definitiv. Das erste düsenstrahlgetriebene Flugzeug, was auf der Welt entwickelt worden ist. Alleine die Technik fasziniert mich da. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch mein Lieblingsflugzeug vom Zweiten Weltkrieg. Ja, was für Musik möchte ich denn hören oder höre ich denn gern? Metal, Pop oder Techno? Also Techno, sage ich ganz einfach, das kann ich in die Tonne kloppen. Techno, das ist was für welche, die sich dauernd schütteln, die anscheinend, denen es nicht schlecht wird, wenn sie dauernd den Kopf ruckartig und ganz schnell nach rechts und links bewegen oder im Kreis. Anscheinend ist da auch nicht recht viel drin, was kaputt gehen kann. Ansonsten muss ich sagen, Metal, ja, aber ganz, ganz selten. Ansonsten eigentlich Pop und keine Klassik, ne? Auf jeden Fall Pop und das halt aus den, naja, sagen wir mal, halt so 70er bis 90er Jahre so ungefähr, alles was dann danach ist, ja, das hat Pop mäßig eigentlich nicht viel am Hut da. Aber so dieses schönen, wunderbaren Oldies, wo man sagen kann, da wurde noch Musik gemacht, ne? Händisch Musik gemacht und nicht elektronisch. Ja, die achte Frage, welches Schiff vom Zweiten Weltkrieg gefällt euch am meisten? Ja, also die Deutschen hatten ja ein paar super Schiffe, ne? So Tirpitz, Bismarck, Scharnhorst, Kneisenau und so. Aber ich glaube, die besten Schiffe und somit auch die, wo mir wahrscheinlich am besten gefallen, ist wahrscheinlich die Yamato und die Musashi. Das sind also zwei japanische schwere Panzerkreuzer oder Kreuzer gewesen. Die eigentlich das Rückgrat der Marine gebildet haben. Leider Gottes hat man ja über diese Schiffe nicht viel gelesen. Also ist ja logisch. Ich meine, wenn hier, wenn ein Deutscher über Kriegsschiffe liest, dann liest er wahrscheinlich über die eigene deutsche Kriegsmarine. Das ist klar. Außerdem kann ich ja kein Japanisch. Auf der anderen Seite habe ich aber das Buch Enterprise gelesen. Und die Enterprise war ein amerikanischer Flugzeugträger. Einer der ganz, ganz wenigen, die also Pearl Harbor überlebt hatten, weil sie damals so eine Übung ausgelaufen sind. Bewusst oder unbewusst, das stellt sich hier mal so die Frage, ob man da nicht schon einiges gewusst hat, ne? Dass sowas kommen könnte. Und hat es billig hinzugelassen, damit man in den Krieg steigen kann. Wäre bei den Amis ja nichts Ungewöhnliches, sage ich jetzt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da ging es auch darum, dass also die Yamato und die Musashi damals mit in der Nähe von der Enterprise waren. Und ich weiß aber jetzt nicht, von welchen Flugzeugträger aus die beiden Schiffe bekämpft worden sind von den Japanern. Und die sanken ja innerhalb von wenigen Minuten durch gescheite Treffer. Und das waren aber die besten und größten und stärksten Schiffe, die es eigentlich im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und deswegen sind es die Schiffe, die mir am besten gefallen. Technisch mäßig. Ja, dann neuntens. Schlachtschiff oder U-Boot? Was würdet ihr eher nehmen? Ja, zum Urlaub machen, irgendwo hinfahren? Oder bei War Thunder brauche ich nicht fragen. Da gibt es noch keine U-Boote. Da warten wir ja heute noch auf die Helikopter. Ich würde mal sagen, ich spiele zwar gerne Silent Hunter und habe es ganz gern gespielt. Aber Schlachtschiff, ein Schlachtschiff ist schon was Geiles. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ein Schlachtschiff, da kannst du vor der Küste sein, kannst auf die Batterienbunker feuern. Und mit dem Schlachtschiff kannst du so ziemlich alles platt machen, was es da so auf dem Wasser gibt. Ja, ich nehme ein Schlachtschiff. Welches gibt es mehr? Okay, danke. Dann zehntens. Was würdet ihr lieber können? Entschuldigung. Fliegen, unsichtbar sein oder alle Sprachen der Welt sprechen? Also alle Sprachen der Welt will ich gar nicht sprechen, müssen, brauchen. Obwohl Indisch ist die Sprache, die am häufigsten gesprochen wird. Naja, ist, plötzlicherweise ist das halt so. Weil es halt viele Inder gibt, ne? Die auch viele Kinder haben. Inder, Kinder, Kinder machen Inder. Ne, ja doch, so ungefähr. Und ich habe immer gedacht, Englisch wäre die meistgesprochene Sprache. Das ist aber nicht richtig gewesen. Ja, also brauchen wir, ähm, naja, du kommst ja mit Englisch eigentlich um die ganze Welt, ne? Also brauchen wir nicht alle Sprachen können. Ne, aber fliegen, na, und wenn es dann regent und schneit und ach, da wird es kalt und der Wind bläst dir ins Gesicht. Ne, unsichtbar. Niklas, unsichtbar. Ja, das ist genau das. Hey, das wäre doch super, he? Du kannst dich überall reinschleichen. Kannst Mäuschen spielen. Äh, du wärst der geborene Spion dann, oder ich, ne? Wenn wir unsichtbar sein könnten. Hey, das wär's. Das wäre wirklich doch unsichtbar. Das würde ich schon mitmachen. Also, elftens. Was war euer Lieblings, Entschuldigung, was war eure Lieblingssendung, während ihr klein wart? Hm, klein. Ja, Niklas, du stellst mich jetzt schon wieder vor ein Riesenproblem. Während ihr klein wart. Ich bin, ich bin immer noch klein. Ich bin halt, äh, 1,73 Meter, das ist nicht groß, ne? Also, gegenüber, gegenüber anderen bin ich immer noch klein. Hä? Hm, ähm, ähm, was war da meine Lieblingssendung? Ja, ich weiß aber, was du meinst. Äh, mit klein meinst du so jung, dass die Eltern gerade erlaubt haben, dass man mal in die Glotze gucken konnte. Hm, also, das weiß ich nicht mehr. Da muss ich ganz ehrlich passen. Und ich weiß aber, dass ich als, äh, als ich das entsprechende Alter hatte, wo ich hätte Fernsehen gucken dürfen, ich nicht Fernsehen geschaut habe, weil ich da immer mit meinen Kumpels am ganzen Tag nach der Schule draußen war. Und wir sind dann immer erst spätabends, so, also zum Abendbrotessen nach Hause gekommen. Und das, äh, über Tage, Wochen und Monate. Und da hat es dieses alles nicht gegeben. Hier, Handyzeug, ne? Äh, äh, ja, Tablet und PC und, äh, TV in der Art und Weise, wie heute die Vielfalt der Programme ist, hat es ja alles damals nicht gegeben. Du warst ja froh, wenn es dir drei Programme gehabt hast. Und von der Seite her war, ähm, TV noch nie ein Punkt für mich, äh, der wichtig war. Ähm, wie gesagt, ich war immer mit meinen Kumpels draußen. Und, äh, äh, das ist das, was also heute vielen Jugendlichen abgeht, sag ich jetzt einmal. Die können gar nicht mit anderen Kumpels draußen irgendwie was machen, weil die vor dem Fernseher hocken, Chips essen und immer dicker werden oder am PC sitzen und sich nicht bewegen und, äh, somit eigentlich irgendwie vereinsamen, weil sie keine Freunde in dem Sinne haben. Sie haben zwar Freunde, äh, oder Kumpels, da steigen sie in den Schulbus ein oder aus dem Schulbus aus und was ist das Erste? Äh, das Handy ist wieder in der Hand. Und da laufen fünf nebeneinander und alle gucken fünf in das Handy und was anders haben sie nicht zu tun. Sprechen tun sie miteinander nicht, weil da wird gegenseitig über WhatsApp geschrieben oder über Facebook oder was der Geier, was auch immer, ne? Also das, äh, kann ich dir jetzt eben so nicht beantworten. Aber ich kenne noch die, äh, Sendungen von Kater Mikesch und von der Augsburger Puppenkiste und das war eine ganz geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich mir also hin und wieder angeschaut später dann. Ansonsten würde ich mal sagen, äh, lieber Niklas, deine Fragen waren ja nicht schlecht, ne? Äh, schlecht kann es dann werden. Na, Schmarrn, äh, Krampf, das war jetzt der Spaß, ne? Ne, hast du doch gut gemacht. Und ich hoffe, dass ich die Fragen, äh, auch einigermaßen wieder gut über die Runden gekriegt habe hier. Äh, die Antworten meine ich, haha. Und dann sage ich einfach mal, Leute, das, äh, soll es eigentlich gewesen sein. Und noch einmal danke an den Niklas, äh, 3x7 und die 9. Er steht auf jeden Fall in der Videobeschreibung oben drin, sein Kanal. Logischerweise. Und wie gesagt, bitte, äh, keine Nominierungen mehr. Ich werde keine mehr machen. Ich, äh, werde auch jetzt keine YouTuber hier aus diesem Video her, äh, nominieren. Und ich stelle auch keine neuen Fragen. Das soll es eigentlich gewesen sein mit der Liebster-Arbeit-Challenge. Und das sage ich an alle, die zugeschaltet haben, herzlichen Dank. Wünsche euch viel Spaß. Und dann sage ich einfach, Holtrio, bis zum nächsten Video. Danke und Tschüssi. Wir sehen uns beim nächsten Mal.